Säkularer Buddhismus, weltlicher Buddhismus, auch Buddhismus 2.0 genannt. Das ist eine Variante des Buddhismus, die sich auf unverfälschte Originalquellen beruft, die ohne kulturellen Überbau, ohne Glauben, ohne Dogmen auskommt. Eine Strömung, die in den USA seit 20 Jahren gelebt und geformt wird und nun hierzulande zunehmend Anhänger findet. Ganz praktisch sind das für mich Hilfsmittel im Alltag, wie ich kommuniziere, wie ich konsumiere, wie ich Sexualität sehe. Das ist für mich ein großer Unterschied auch zu dem, wie ich das früher gesehen habe, welche Dogmen und Regeln in der katholischen Kirche vorgeherrscht haben. Der moderne Buddhismus gibt mir ganz praktische Anleitungen im alltäglichen Leben, um das so zu gestalten, dass es für mich und andere Menschen beglückend ist. Von meinem Verständnis her hat der säkulare Buddhismus einen sehr starken Tiefgang. Da ist etwas, was Neurowissenschaften integriert. Da ist etwas, was die modernsten wissenschaftlichen Forschungen, Quantentheorie und so weiter, all das wird aufgenommen. Das heißt, säkular bedeutet Weltzugewandt. Da gibt es nicht irgendwie, dass man denkt, ich muss die Atomphysik ausklammern oder ich müsste ausklammern Beziehungsstress oder ich müsste ausklammern, dass, wenn wir so weiter wirtschaften, dass die Zivilisation untergeht. Das darf nicht ausgeklammert werden. Zwei Menschen, für die trotz christlichem Hintergrund die weltliche Spielart des Buddhismus zum Orientierungsrahmen geworden ist. Ein Buddhismus, der Traditionen außen vor lässt und zu den frühesten Lehren des Buddha zurückkehrt. Beispielsweise zu Lehrreden wie dieser. Geht nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach der Autorität eines Meisters. Geht nach der eigenen Erkenntnis. Geht nach der eigenen Erkenntnis, soll Buddha vor etwa 2500 Jahren gesagt haben. Die Erkenntnis muss zu Raum und Zeit passen, also westlich und modern sein, würden säkulare Buddhisten in Europa hinzufügen. Ich mache einen Unterschied zwischen Buddhismus 1.0 und 2.0. Der Buddhismus 1.0 ist ein System, das auf den Glaubensvorstellungen des antiken Indien beruht. Danach dient die buddhistische Praxis dazu, aus dem Zyklus von Geburt und Tod befreit zu werden und ein endgültiges Nirvana zu erlangen. Buddhismus 2.0 ist für mich eine Art buddhistischer Praxis, die nicht auf den klassischen indischen Vorstellungen, sondern die auf den Lehren des Buddha selbst beruht. Buddhismus 2.0. So nennt Stephen Batchelor den Buddhismus ohne kulturelle Färbung, ohne mystischen Überbau. In Anlehnung an moderne Computersprache versteht er darunter ein neues buddhistisches Betriebssystem. Vereinfacht, 1.0 bedeutet eher Glauben, beinhaltet metaphysische Aspekte, 2.0 bedeutet eher Handeln und beinhaltet rationale und naturwissenschaftliche Aspekte. Stephen Batchelor ist im Westen einer der bekanntesten Vertreter des säkularen Buddhismus. Der Schotte hat einen soliden buddhistischen Hintergrund. Er praktizierte viele Jahre als Mönch in Indien und Korea. Die tibetische und auch die nüchterne Zen-Tradition. Übersetzte buddhistische Ursprungstexte aus dem Sanskrit und dem tibetischen Neu. In eine zeitgemäße Sprache. Ich verstehe Buddhismus nicht im Sinne einer religiösen Tradition, die auf eine irgendwie geartete Form der Befreiung oder auf Seelenheil gerichtet ist, sondern als buddhistische Praxis, als Methode und Philosophie und Ethik, die einen befreit, um als Mensch ganz erfüllt zu leben. In dieser Welt, im Hier und Jetzt. Und zwar sowohl als Individuum, als auch als Teil der Gesellschaft und damit am Leben anderer Menschen. Wir sollten bewusst und verantwortungsvoll mit dem Ökosystem umgehen, in dem wir leben. Stephen Batchelor ist 63. Er hat mehrere Bücher zum säkularen Buddhismus geschrieben, gilt als Quer- oder Weiterdenker. Ihm, wie auch anderen Vertretern des säkularen Buddhismus, geht es um einen Buddhismus, der in moderner Sprache modernen Menschen hilft, buddhistisch-meditative Methoden und Werte zu nutzen und dabei zu lernen, wie man mit dem eigenen Geist arbeiten kann. Beispielsweise, um unglückstiftende Gedanken und Glaubensmuster zu erkennen und zu transformieren, zu überwinden. Um damit Stress abzubauen. Um erfüllt, friedlich zu leben, mitfühlend, im Einklang mit der eigenen inneren Wahrheit, mit den Mitmenschen, mit der Natur. Und um Sinn im Leben zu finden. Säkulare Buddhisten sind oft Atheisten. Viele sind Angehörige anderer Glaubensrichtungen, beispielsweise Christen. Die heterogene Gruppe eint, dass sie sich nicht einer traditionellen buddhistischen Richtung anschließen will. Moderne Buddhisten wollen sich nicht entscheiden. Entweder werde ich jetzt Theravada oder ich gehe Mahayana oder ich gehe Zen. Manfred Volkers ist Mitglied im Rat der Deutschen Buddhistischen Union, dem Dachverband der rund 250.000 organisierten Buddhisten in Deutschland. Säkulare Buddhisten seien Suchende, die sich nicht im Esoterik-Supermarkt bedienen wollen, die aber auch keine festen Strukturen benötigen. Natürlich ist der Buddhismus ganz klar die philosophisch interessanteste Religion der fünf Großreligionen. Erklärt Thomas Metzinger von der Universität Mainz den Trend. Das eigentlich Interessante ist diese ausgefeilte und eben auch über Jahrhunderte von Hunderttausenden von Praktizierenden empirisch ausgetestete Praxis, die nicht so stark gebunden ist an metaphysische Glaubenssysteme oder Hintergrundannahmen, die wir nicht mitvollziehen können in der modernen westlichen Gesellschaft. Das heißt, die Praxis ist etwas, von der wir alle profitieren können. Zum Beispiel Gisela und Willi. Beide sind Christen. Sie, 55, Sozialarbeiterin in der Familienhilfe und Tanzlehrerin. Er, 58, selbstständiger Betriebswirt. Vor vier Jahren haben sie sich kennen und lieben gelernt. Nach gescheiterten Beziehungen. Wollten es besser machen. Wollten ihr Leben auf einem gemeinsamen, spirituellen Fundament aufbauen und ihre Liebe bewusst gestalten. Nicht in alte Muster zurückfallen. Im säkularen Buddhismus finden sie die praktischen Anleitungen, die sie im Christentum vermissen. Am Buddhismus hat mich immer fasziniert, dass es überhaupt keine Götter oder Bilder von Göttern gab, die es zu verehren galt, sondern dass es eher ein Weg war, der aufgezeigt wurde und Anleitungen gab, wie man diesen Weg zu Erkenntnissen beschreiten kann. Also eher eine Lehre als wie eine Religion. Mich hat dieses sehr bodenständige, ganz pragmatische für den Alltag sehr angesprochen. So als Handwerkszeug im Umgang von Mitgefühl, Mitmenschlichkeit und nicht der liebe Gott sitzt im Himmel und sieht alles, sondern in dem Sinne von das Göttliche ist in jedem Menschen. Es geht nicht um etwas Abgehobenes, sondern es geht um eine Bewusstseinsentwicklung in mir. Das Handwerkszeug ist diese Achtsamkeit, Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Augenblick, das Wahrnehmen und das Loslassen von Gewohnheitsmustern, Gedankenstrukturen, Konstrukten, die ich teilweise als sehr machtvoll erlebe, die mich im Alltag bestimmen, zu erleben, dass das Muster sind, dass ich sie erkenne als einen Teil von mir und dass ich ein Bewusstsein habe, eine Freiheit habe, meine Muster wieder neu zu definieren. Erleben, dass ich ein Bewusstsein, eine Freiheit habe. Das ist vielleicht die wichtigste Kernbotschaft des säkularen Buddhismus. Auch hier wird sie, genauso wie im traditionellen Buddhismus, aus den vier edlen Wahrheiten abgeleitet, den bekanntesten buddhistischen Prinzipien. Diese kann man so zusammenfassen. Erstens, das Leben ist letztlich leidvoll. Zweitens, das Leiden hat Ursachen wie Gier, Hass und Verblendung. Drittens, erlöschen die Ursachen, erlischt das Leiden. Viertens, es gibt einen Weg zum Erlöschen des Leids. Stephen Batchelor sieht in diesen vier edlen Wahrheiten allerdings keine Glaubenssätze, sondern sie haben für ihn den Charakter von Empfehlungen. Die erste Handlungsempfehlung bedeutet, das Leiden des Lebens anzunehmen. Die zweite, das persönliche Anhaften, die Gier und die Selbstsucht angesichts des Leidens aufzugeben. Die dritte bedeutet, Meditation, Stille und geistige Offenheit zu kultivieren, um uns von dem instinkthaften Denken und Handeln zu befreien. Dies führt zur vierten Aufgabe, diese Fähigkeiten als eine Art Lebenskunst in unserem alltäglichen Leben zu verwirklichen. Wie kann es gelingen, diese vier traditionellen edlen Wahrheiten als moderne Handlungsempfehlungen im Alltag zu verwirklichen? Ich habe mich besonders mit der menschlichen Habgier auseinandergesetzt. Und da wurde mir sehr schnell klar, dass die treibende Kraft des Kapitalismus die Habgier des Menschen ist. Und im Buddhismus wird dies auch als eines der Gründe genannt, warum wir Menschen leiden. Oder ein Hauptgrund dafür, dass so viel Leiden entstehen kann. Und dass wir uns dessen bewusst sein müssen, um damit auch so umzugehen, damit wir uns selber und anderen auch nicht schaden. Auch mit den negativen Wesenszügen auseinanderzusetzen und diese zu akzeptieren, das war schon für mich eine sehr wichtige Erkenntnis. Weil es zunächst auch im Christentum so ist, dass man etwas Negatives als Sünde bezeichnet. Und das ist schlecht und lehnt das ab oder schämt sich dann dafür. Aber im Buddhismus ist es einfach so, dass man es erkennen muss, wie es ist. Und es hilft uns nicht, das abzulehnen. Und wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Die buddhistische Praxis hilft mir sehr, weil ich im tiefsten Inneren erlebe, dass ich mich auch dabei ertappe. Dass ich so denke, ach, wenn ich das und das hätte, dann wäre ich glücklicher. Aber glücklicherweise erlebe ich mich mittlerweile an dem Punkt, dass ich erkenne, dass das auch Illusionen sind. Und im Gegenteil, dass das mich einschränkt im Endeffekt, weil ich merke, dass ich in Abhängigkeiten davon gerate. Und letztendlich habe ich im Kleiderschrank hunderte von Dingen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und wo ich so merke, das ist mir nicht mehr so wichtig im Leben. Weil ich gemerkt habe, dass das vielfach Ersatz ist für und nicht Erfüllung beinhaltet. Dass es nicht darum geht, diesen buddhistischen, erleuchteten Buddha zu wollen, sondern dass es darum geht, die kleinen Erleuchtungsmomente im Alltag wiederzufinden. Kleine Erleuchtungsmomente bemerken und nicht auf die große Erleuchtung warten. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass man sich nicht einfach getrieben fühlt, den x-ten Pullover zu kaufen, um damit über einen Groll mit dem Chef hinwegzukommen. Zu bemerken, dass Immaterielles wie das Gefühl von Ärger sich nicht mit materiellem wie mit einem neuen Pullover heilen lässt. Dass man stattdessen einen Raum finden kann, in sich drinnen, in dem man Alternativen entdeckt. Zeitlosere Werte, ganz und gar kostenlose. Wie etwa die Freude, einen Spaziergang zu machen, eine Freundin anzurufen. Dass ich ein Bewusstsein habe, eine Freiheit habe, ein Bewusstsein habe. Diese Freiheit lässt sich durch die Arbeit mit dem eigenen Geist entwickeln. Beispielsweise durch Einsichtsmeditation. Die besteht aus zwei Schritten in der Kurzfassung. Samatha heißt anhalten und Vipassana heißt genau hinschauen. Und dieses genau hinschauen heißt auch analysieren, erkennen, durchdringen, verstehen wollen, erforschen, nachprüfen. Immer nachfragen, warum mache ich das? Ich will es auch verstehen. Ich will mein Handeln, ich will meine Motive verstehen. Und ich möchte eben halt auch einigermaßen wissen, wo es darauf hinausläuft. Hier geht es um Ursache und Wirkung, ganz konkret im Hier und Jetzt. Im Prinzip um das, was im Buddhismus Karma genannt wird, was sich traditionell ausgelegt jedoch aufs Jenseits bezieht. Im Diesseits kennt das jeder. Ich wollte unbedingt mal einen schönen Oldtimer fahren und habe mir diesen Wunsch auch dann erfüllt und irgendwann mal dann auch über den Auseinandersetzungen mit dem Buddhismus gemerkt, dass diese Erfüllung von diesem Wunsch nur eine sehr kurzfristige Freude gibt. Und das auch eine Freude ist, die bei weitem nicht damit zu vergleichen ist wie die Freude, die man aus menschlichen Beziehungen oder aus dem Lächeln eines Kindes erfahren kann. Und erst durch die Auseinandersetzung mit dem Buddhismus und mit dem Fallenlassen oder Loslassen von Wünschen, hat mir dann tatsächlich geholfen, irgendwann mal zu sagen, dass ich mich von diesem materiellen Wunsch oder von dieser Leidenschaft auch ganz leicht trennen kann. Loslassen, Gelassenheit entwickeln. Das ist geistige Arbeit. Das ist Training mit dem eigenen Gehirn. Hier meine einfache Religion. Wir brauchen keine Tempel und keine komplizierte Philosophie. Unser eigenes Gehirn und unser eigenes Herz sind unsere Tempel, sagt der Dalai Lama. Das beginnt schon morgens, wo ich den Tee zubereite und meine Liebste mit einer Tasse Tee wecke und wir im Bett eine Tasse Tee einnehmen. Meditieren mit meinem Partner, was uns sehr unterstützt im achtsamen Umgang miteinander. Das ist so ein bewusstes Hineingehen in den Alltag mit achtsamer Kommunikation. Achtsam kommunizieren und konsumieren. Achtsamer, langsamer leben. Dazu braucht man weder Mantras noch Mythos. Aber eine klare Entscheidung und Übung und Zeit. Zeit, auch in aufreibenden Situationen kurz innezuhalten, zu reflektieren. Sich immer wieder zu fragen. Was tue ich? Was fühle ich? Wie drückt es sich im Körper aus? In welchem Körperteil fühle ich es? Was denke ich? Was sage ich? Und wie sage ich es? Befinde ich mich im Einklang mit meinen persönlichen Zielen? Wer lange übt, dem kann solches Scannen im entscheidenden Moment in Sekundenschnelle gelingen. Lebenslanges Trainieren ist wichtig, so wie man einen Muskel immer wieder trainieren muss, damit er fit bleibt. Und auch Mut gehört dazu, wenn man den eigenen Geist zähmt. Denn es ist gut möglich, dass sich der eigene Lebensstil dadurch gewaltig verändert und moderne Buddhisten plötzlich nicht mehr ins Raster der Karriere- und Konsumgesellschaft passen. Dennoch wollen sie moderne Menschen bleiben und nicht zu Außenseitern werden. Ein Spagat, auch für Manfred Volkers. Wenn ich überlege, was die Praxis bei mir bewirkt hat, dann kann ich über lange Zeiträume klar sagen, mein Fleischkonsum ist fast auf null gesunken, mein Alkoholkonsum ist fast auf null gesunken, Zigaretten und so weiter ist überhaupt gar kein Thema mehr. Vor allen Dingen aber auch konsummäßig bin ich nicht mehr relevant für diese Wirtschaft. Wobei es natürlich hier Ausnahme gibt, was so die Computer und so weiter angeht, bin ich nun nicht hinter dem Mond. Und obwohl ich mich ein bisschen sträube, alles Mögliche da mitzumachen, also ich habe keine Blogs, ich twitter nicht rum oder Facebookeln kommt überhaupt nicht in Frage. Aber dass ich an Informationen drankomme, dass ich versuche mitzubekommen, was Sache ist, das ist ganz klar. Um derart klar, konsequent und stabil zu werden, arbeiten Gisela und Willi mit verschiedenen Meditationstechniken an ihren inneren Haltungen und an ihrem Verhalten. Sie verzichten dafür ganz bewusst oft aufs Fernsehen oder auf andere Ablenkungen, stehen täglich eine halbe Stunde früher auf. Das muss sein, sagen beide, wenn man etwas ändern will. Meditation lässt sich vom Buddhismus, auch vom Säkularen völlig abkoppeln. Einfache Übungen sind im Alltag nützlich, um dem täglichen Stress zu begegnen. Davon ist der Bewusstseinsphilosoph Professor Thomas Metzinger überzeugt. Natürlich sind die buddhistischen Meditationstechniken, das zeigt sich jetzt sehr deutlich, sehr hilfreich für ganz normale Menschen in einer Zeit, die sich immer stärker beschleunigt, in der die knappe Ressource Aufmerksamkeit aus dem Mediendschungel heraus angegriffen wird von der Werbeindustrie und der Unterhaltungsindustrie. Das geschieht in letzter Zeit sogar rund um die Uhr. Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablet-PCs lassen insbesondere junge Menschen kaum noch zur Ruhe kommen. Als Gegengewicht könnten Meditationen schon im Schulalter erlernt und geübt werden. Zur Ruhe finden, innehalten, geistige Klarheit entwickeln, erleben, wie sich Verhaltensweisen, die einem Schaden, ändern lassen. 2500 Jahre alte buddhistische Beobachtungen haben zur Entwicklung meditativer Methoden geführt, die helfen können, genau solche Zustände zu erlangen. Wie buddhistische Haltungen und Meditationstechniken wirken, das zeigt moderne Hirnforschung zunehmend durch moderne Untersuchungsverfahren. Alte Weisheit trifft moderne Wissenschaft. Die affektiven Schaltkreise im Gehirn sind offenbar durch Training formbar, ermöglichen es, eingefahrene Reaktionsmuster zu verändern und stattdessen eine Haltung der Gelassenheit und Offenheit zu kultivieren, aus der heraus angemessener auf eine Situation reagiert werden kann. Schreibt der Meditationsforscher und Psychologe Ulrich Ott. Er zeigt mit einem modernen, bildgebenden Verfahren der Magnetresonanztomographie, wie wandlungsfähig das Gehirn lebenslang ist. Neurowissenschaftler zeigen auf, wie sich durch regelmäßiges Meditieren neue Synapsen, neue Verschaltungen im Gehirn bilden können, wie durch neues Denken alte Verhaltensmuster ihre Macht verlieren können. Der amerikanische Neuropsychologe Rick Hansen versucht, solche Erkenntnisse möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Auf CDs veröffentlicht er geführte Meditationen, die, regelmäßig durchgeführt, das Veränderungspotenzial des Gehirns anregen sollen, um die eigenen Emotionen besser zu verstehen und zu kontrollieren, zum Beispiel die Wut. Wie fühlt sich starke Wut in Ihrem Körper und in Ihrem Geist an? Oder gar ein Wutanfall, wenn Sie sich an einen solchen erinnern können? Fragen Sie sich selbst, ob diese Einschätzungen in irgendeiner Weise übertrieben sind. Dazu gehört auch Ihr eigener Anteil an dieser Situation. Seien Sie sich in Bezug auf diese bestimmte Situation auch einer Haltung der Selbstgerechtigkeit und der Unnachgiebigkeit bewusst. Die Wut verstehen, eigene Anteile erkennen und auch den anderen verstehen, der die Wut mitverursacht hat. Wer solche Zusammenhänge herausarbeiten kann, kann allmählich die Wut transformieren, sie im besten Fall umwandeln in Mitgefühl und sich so schnell wieder besser fühlen. Diese Arbeit, die Arbeit mit dem Geist, kann dabei helfen, alle negativen Emotionen rasch zu überwinden. Konkret bedeutet dies, sich hinsetzen und den eigenen Geist beobachten. Herausfinden, wie er funktioniert, welches Eigenleben er führt, womit er sich gerade beschäftigt. Mit der Vergangenheit? Mit der Zukunft? Bewertet er? Vergleicht er? Treibt er mich dazu, automatisch so zu handeln, wie ich es gewohnt bin? Wer so genau fragt, kann entdecken, wie er durch Bewusstheit, durch hundertprozentiges Wachsein, Gedankenprozesse stoppen und verändern kann. Es ist möglich, aus den ewigen Gedankenschleifen herauszukommen. In der Meditation gelingt das, indem der Übende immer wieder zurückkehrt zur Beobachtung des eigenen Atems oder zum Objekt der Meditation. Dabei wird erlebbar, wie der Geist nach und nach Ruhe findet, wie der Geist klarer wird. So wie aufgewühltes Wasser, das grau und schmutzig erscheint, nach und nach klarer wird, wenn es zur Ruhe kommt. Sobald sich der Schlamm abgesetzt hat, spiegelt das Wasser alles klar und exakt wieder, ohne Verzerrungen. Es ist Nachprüfbarkeit, es ist Selbsterforschung, es ist die Sicht auf die ganze Welt, es ist kein Rückzug. Es ist der Versuch, mit den modernsten Erkenntnissen, mit dem neuzeitlichen Geist, das, was im Alltag jetzt wichtig ist, das Leben zu betrachten, die Welt zu betrachten und daraus die Schlüsse zu ziehen, die ehrlich sind. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt und wo ich persönlich die Kraft aus der Buddha-Lehre eben halt ziehe, weil sie mir hilft, das zu verstehen, was hier abgeht. Eine Kraft, die im besten Fall auch helfen könnte, gesellschaftliche Probleme zu lösen, meinen Thomas Metzinger und Stephen Batcheler. Wir entdecken jetzt im Moment gerade, dass unsere durch Gier und Maßlosigkeit angetriebenen Finanzsysteme hochgradig instabil sind. Und es ist ein klassisches Thema, über das buddhistische Philosophen viel gesagt haben. Aber die jungen Männer in den Computertürmen in Frankfurt, London und Berlin, die interessiert das einfach nicht. Man braucht nicht dauernd Wünsche zu haben und versuchen, noch höhere Ebenen der materiellen Befriedigung zu erlangen, die uns am Ende nicht wirklich Glück und Wohlbefinden verschaffen. So hoffe ich, dass die augenblickliche Krise die Menschen zum Nachdenken darüber führt, was in ihrem Leben wirklich zählt und worauf es ankommt. Aber weder der Buddhismus noch irgendeine andere Tradition werden eine einfache Antwort darauf finden, was den Kapitalismus ersetzen könnte. Und dann kann man die Kapitalismus wiederholen.